Wir sind hier gerade in Köln. Ich komme ins Bild. Ich komme ins Bild gelaufen. In Köln laufen wir ins Bild rein. Pass auf, Stativ in die Richtung. Ach, muss das jetzt sein? Immer so albern. Oh, immer so albern. Der Noster, was weiß ich für ein Ding. Keine Ahnung, mir auch egal. Hey Leute, kennt ihr immer die YouTuber, die so richtig beschissen reden? Und kennt ihr immer die YouTuber, die dann immer ihr Handy verwenden, weil die sich kein ordentliches Mikrofon leisten können? Und kennt ihr die YouTuber, die so richtig kreative Pranks machen, wo man eigentlich eine Sache sagt, aber dann eine andere meint und dann irgendwas rausholt und H-Story-Twist? Das ist das Kreativste im Prank-Game, was man machen kann. Also freuen wir heute ein bisschen dem Dadaismus und machen das auch mal, weil das so lustig und kreativ ist. Robin, das Prank-Game ist seit drei Jahren tot. Wie bitte? Das Prank-Game ist seit drei Jahren irgendwie tot. Und die Videos, die du gerade angesprochen hast, sind auch schon drei Jahre tot. Ja, aber Hypes halt mitnehmen. Drei Jahre später. Das ist doch unsere Devise, dachte ich. Wann kommt eigentlich das Corona-Video? In zehn Jahren. Okay, los geht's. Hey, Entschuldigung. Ich habe ein bisschen zu viel Kekki in der Hose. Könnt ihr mir vielleicht helfen, das zusammen wegzumachen? Kekki? Kekki. In der Hose. Was ist das? Na, Kekki in der Hose. Kennt ihr das nicht? Ne. Könnt ihr mir helfen, das wegzumachen? Ne. Was müsst ihr dann dafür tun? Na, essen. Das Essen. Ich check's nicht. Ach so. Lol, ne, sorry. Ne? Aber ich schaff das nicht alleine, das Kekki zu essen. Ach du Scheiße. Witzig, oder? Ihr habt gedacht, ich mein was anderes. Ja. Ist das super witzig jetzt? Total. Find ich auch, ne? Kekki in der Hose drin. Ja, ich geh nicht eine Winsel kaufen oder sowas. Kannst du mir nicht helfen, das wegzumachen? Das schaff ich alleine nicht. Was wollen Sie? Gehen Sie mal. Das ist ein Kekki alleine, schaff ich das nicht. Hä? Haaaa! Haaaa! Kekki, verstehst du? Ja, ich verstehe. Hast gedacht? Ich mein was anderes. Nein. Aber ich mein jetzt das. Ich mein, was du meinst. Lustig. Ja. Ich hab vorhin auf dem Klo ein bisschen Kekki gegessen und riech jetzt vielleicht aus dem Mund danach. Kannst du mal riechen, ob ich nach Kekki rieche? Ne? Gar nicht. Ne. Keine Ahnung. Aber ich müsste das wirklich wissen. Ja, frag vielleicht mal nach. Willst du mal riechen, ob ich nach Kekki rieche? Aber ich hab halt echt viel davon gegessen. Und vielleicht rieche ich jetzt danach. Ich hab hier Ton. Oh, moin. Ja. Nein, das wird jetzt auch rein schwitzt. Mir ist die Schaf gesteckt. Ich bin gleich wieder warm. Wollen Sie ein bisschen Kekki abhaben von mir? Nee, danke. Ich hab so viel Kekki in der Hose. Das ist unfassbar. Kann ich mir vorstellen. Aber kein Boss. Ist auch ein bisschen warm, ein bisschen schmierig. Wollen Sie was von meiner Kekki ab? Hä? Kekki? Hier von meiner Kekki? Ja gut. Tschüss. Ich mein gar nicht Kurt. Ich mein nur Schokolade. Ja, ist ja alles gut. Alles gut. Ich mein doch nur Schokolade. Schokolade ist das. Ja. Aus der Schweiz. Das ist so witzig. Ey, entschuldigung, kurze Umfrage. Wollt ihr von meiner Kekki kosten? Meine Kekki. Wollt ihr mal naschen von meinem Kekki? Nee, ich reichen soll. Mein Kekki. Ist das Kacke aus meinem Arm? Kekki. Was ist das? Na Kekki, hast du Hunger? Nein. Bock auf Kekki? Mein Kekki? Kekki? Ah, ha, 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 ha. Kekki. Ah, ha, ha, ha. Willst du? Ja, nicht gucken. Ey, du verrätst doch die Punchline. Guck da doch nicht vorher hin. Ich bin ein Kekki. Ah, ha, 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 ha. Lustig. Und, äh, als Frieden. Entschuldigung, nur ganz kurze Zwischenfrage. Nee, wir sind mitten in der Stadtführung. Einmal Hände hoch, wer will meine Kekki sehen? Keiner. Ähm, die wollen in der Zeit auf Wiedersehen. Meine Kekki? Nein. Hör mal, du bist gerade in der Stadtführung. Du bist deplaziert hier. Ach so. Ach so. Aber ihr dachtet schon, es geht um Kot jetzt, oder? Und dabei ging's nur um Schokolade. Ha, 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 ha. Witzigstes Video aller Zeiten, absoluter Hammer. Leute, habt ihr mal gesehen? So macht man nämlich ihr Content. Richtig gut. Richtig guter Content. Jetzt verpisst euch mit der Scheiße. Und, hat es dir gefallen so aus der Distanz? Es gibt auf jeden Fall einen richtigen Leih gibt es da. Ja, jetzt kommt dieses Outro. Oh nee, was macht dieser Nuss? Der macht, weiß ich, Robin. Und jetzt ist dieses Outro vorbei.